Herzlich Willkommen zurück. Wir sind hier wieder im Multiplayer von Modern Warfare 2. Wir starten direkt in den Bodenkrieg. Ich habe vorher nämlich noch ein bisschen mit den Sniper, den Scharfschützengewehren was zu machen. Schon Stufe 5, das geht schnell, sehr sehr schnell. Der bringt uns nicht weiter und der hier bringt uns auch nicht weiter. Wie kriechen dann hier die Gewehre? S... SAB50. LRB330 und SAB50. Das sind die DMRs, ne? SAB50, ja. Und das andere? LRB330. Was soll denn das sonst sein? Achso, vielleicht ein Kampfgewehr. Ne. Bin ich jetzt blind? Kann sein, dass ich es übersehen habe. Ich habe es jetzt nicht gesehen, leider. Sonst könnte man sich vielleicht auch noch das eine Gewehr, was wir halt für das nächste Scharfschützengewehr halt brauchen, halt auch noch modifizieren mit einer dicken Optik und dann damit dann versuchen auf Long Distance was zu machen. Bodenkrieg. Maikan Stranger 1. Sichert alle Zielobjekte. Alle Feinde zum Abschuss freigegeben. Alpha wird gesichert. Ist der so langsam oder fliege ich falsch? Ich bin noch nie geflogen. Alpha gesichert. Charlie wird gesichert. Der Feind sicher Delta. Wir erobern Bravo. Wir verlieren Alpha. Er hat mich gesehen. Ich habe ihn gesehen, aber mies halt, ne? Ne, in dem Flugzeug würde ich gerne, in dem Transportheli würde ich gerne spawnen. Und das funktioniert auch. Das war doch hier irgendwo. Irgendwo da hinten saß der. Ich glaube da. Genau unter der Säule. Hm. 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 Feind nähert sich. Tja, und jetzt? Kriegen die ja gar nichts vor das Rohr. Der Feind, der erobert Alpha. Ach, scheiße von der Seite. Nie schon so nah. Das ist verrückt. Das ist ja wirklich verrückt, du. Die sind jetzt schon echt hier. Scheiße. Delta gesichert. Wir erobern Charlie. 20er MTB hier. Ah, shit. Ich habe ihn gesehen, aber war zu spät. Er saß da neben dem Baum, genau. Ja. Scheiße, ne. Der Feind sichert Alpha. Wir erobern Echo. Ah, verdammt. Da ist jemand. Scheiße. Mann, ich will doch nur einfach irgendwo ganz entspannt mal meine Sniper ein bisschen austesten. Bisschen auf Long Distance gehen. Aber nö. Gebt nicht. Achtung, Panzer. Achtung, Panzer. Ah. 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 Ach, von da hinten. Jao, sie schießen über die halbe Karte. Was für Schweine, du. Ah. Das ärgert mich jetzt. Statiere so nah. Nope. Da komme ich nicht hoch. Aber wir können vielleicht tricksen. Ja. Ja. Wir können tricksen. Mann, ich seh nicht mal was Das sind schon so Leute, Alter Die haben die Karte schon einfach studiert Sie wissen einfach, wo alles ist Scheiße, Mann Komm, nehmen wir den Heli Vielleicht geht das Obwohl ich eher glaube, dass es viel zu unruhig hier ist Ach, das geht nicht, die Scheiße Ach, Mann, da sitzt schon ein Feind Verdammt Ne, so macht das keinen Spaß Moin Meister Ah, Seitenvisier, okay Ähm, ne, das ist unser Ach, oben auf dem Dach Ja, da bringt hinlegen, auch nichts Scheiße, der hätte in die Ecke springen Du hast gebraucht Komm, Alpha, ich will bei Alpha rein Geht nicht Tja dann Ah, Scheiße Scheiße, ich kann da nicht weg Mit dem Kackbaum und dem Panzer Ah, Shit Das ist ärgerlich Schwer ärgerlich Schwer ärgerlich Uffs, da ist schon ein Mate drin Eingenommen, sehr schön Feindliche Drohne in diesem Sektor Ich wechsle das Magazin Echo wird gesichert Da kommt ein Falschkanzler Schöpfe Schöpfe Zielobjekt Alpha wird gesichert Unsere Drohne umkreist das Gebiet Verbündete Drohne online Verbündete Drohne im Eingang Weiß die Sau, dass ich hier bin Ich glaube nicht Ich hoffe nicht Zielobjekt Bravo ist kompromissiert Ja, Moin, dann aber Knallgas jetzt Ja, ohne Visierung ist scheiße eigentlich Also Close Distance Im Nebel ist vielleicht auch noch ganz geil Aber sonst Weiß ich nicht Gehen wir mal Delta rein Stoppen nochmal die Munition auf Und gehen in den Angriff Uh, Shit, 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 Shit Verrückt Ah, verdammt Er wusste es halt, ne Er wusste, wo er uns suchen muss Sehr schön Punkte für nichts Da hab ich doch gerade was gesehen Wenn ich mich denn nicht komplett irre Ha Verteidigt Wurde getroffen Für die Familie Wechsel das Magazin Verbündete Drohne online Charlie wird gesichert Uh, der macht gleich Boom Echo wird gesichert Wir verlieren Delta Wechsel das Magazin Verbündete Drohne im Einsatz Ergreifen Ergreifen, gab 600 Jo, kann ich hier super sprinten Wenn ich an den Ketten hänge oder was Feindlicher Truck Verrückt in der Wettel im Anflug Wo müssen wir denn hin Zurück Nach Delta Delta ist das Ziel Wechsel das Magazin Feindliche Drohne in diesem Sektor Oh, wir sind schon bei Delta Scharfschützer eingetötet So, sichern wir, komm Sehr schön Wieder 600 Punkte Verbündete Drohne online Feindliche Drohne in der Luft Da hinten sitzt einer mit dem Raketenwerfer Irgendwo ganz hier close Muss er sitzen Feindliche Vorräte Feindliche Vorräte, denke ich Scheiße, geht gar nicht Ah, guck mal hier Können wir fliehen Sehr schön Verbündete Drohne im Anflug Und der Kampfflugzeug ist in Position Die Feinde haben eine Kontrollung eingesetzt Feindliche Drohne in diesem Sektor Ich glaube über uns Er hat sich bewegt Dadurch hat er sich halt verraten So ist das halt Dadurch hat er sich halt einfach verraten Ja, dann Ich denke mal Vielleicht können wir Oh, 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 oh Da will ich hin 640 Dreck 3 Kills Nice So muss das Ich denke, das ist die richtige Art und Weise Verbündeter Marsch Für Körper eingesetzt Ab den Schaufschutz Die Feinde setzen eine Bombendrohne ein Der Feind hat selber eingesetzt Feindliche MTB hier Für Objekt Charlie wird gesichert Verbündete Drohne im Eiser Bravo wird gesichert Delta wird gesichert Feindliche Drohne aktiv Ah, verdammt von hinten Okay Ja, nee, verstehe ich Der hat uns erwischt Gar nicht schlecht gemacht von dem Dann würde ich mal da reingehen Ah, dann halt nicht Beweg dich nicht Dann hau ich ab Shit, falsche Richtung Wir müssen da lang Ja, jetzt fährst du weiter Wenn ich ausgestiegen bin, ne Arschgeige So, Minen oder sonst was Sehe ich nicht Infanterie, ja Infanterie kann sehr gefährlich sein Deswegen Ah, shit Oben vom Hügel Oder? Nee, da Unten sogar Krass Ich dachte, das kämpft von oben Hier, wo die Bäume sind Da siehst du Dann haben die schon das Fahrzeug rausgenommen Scheiße Scheiße Ich bin komplett eingenommen Verdammt Lass mich mal hier raus Zielobjekt Charlie ist kompromittiert Volt ist zurück Zielobjekt Bravo gesichert Unsere Drohne umgereist Feindlicher Panzer markiert Dann sichern wir mal Charlie Ich glaube, da oben saß einer Ich glaube, da sitzt noch einer Ach, verdammt Von geradeaus Ja, okay Der hätte mich an seiner Stelle auch hingesetzt Bin ich ganz ehrlich Vielleicht sollten wir auch einfach mal Die AK wieder nehmen Das wäre vielleicht auch noch eine Methode Hat der uns kaputt gefahren? Unser eigener Mate? Ah, Schmutz sowas Ist einfach widerlich, ne? Ja, wofür hat man das Ding denn schon, ne? Wofür gibt es ein LMG? Schrott Assistant 100 Und das hat uns gar nichts gekostet Weil wir direkt wieder Munition bekommen haben Awesome, hätten wir es uns eh nicht mehr geschafft Zeitlich Irgendwas zu machen Na, diesmal nicht ganz so gut Nur 15 Kills Ja Nicht ganz so gut wie davor Sehr, sehr schöner Fortschritt Muss man sagen Sehr, sehr schön Ähm, ne Nochmal auf dieselbe Karte Habe ich echt gar keine Lust Bin ich ganz ehrlich Ähm Das muss nicht sein Ne, da gibt es auf jeden Fall Schönere Methoden Oh, was ist das denn für eine? Ist das auch die Ah, das ist die Chimera Okay Krass Für die haben wir auch noch kein Setup Aber die ist so schon sehr, sehr gut Da braucht man eigentlich gar nichts verändern So, Events Sind wir da irgendwie weitergekommen Scheinbar nicht, ne? Scheinbar nicht Obwohl die auch die Cete zu MPs Aber da sind wir glaube ich auch trotzdem nicht weitergekommen Also nicht wirklich Ja, ich würde einfach nochmal vielleicht hier eine Runde versuchen auf Nahkampf In der Hoffnung, dass wir endlich Shipment bekommen Ich weiß nicht, ob das so die wahre Idee ist, den hier zu nehmen Wir könnten auch die nehmen Die ist eigentlich verdammt cool Die hier war ja mega, ne? Da haben wir sie ja schon auf Gold Aber, ähm Genau, was müssen wir eigentlich hier noch machen? Ne, da will ich rein Da will ich rein Da hin Ei, ei, ei Ganz, ganz viel noch für Gold Ja Hier auch viel Aber mit der geht das eigentlich relativ einfach bisher Immerhin sind sie halt jetzt schon Hier 10 Kills nach der Stufe 2 Abschlüsse von hinten, 15 Stück Die Tarnung sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus Die hätte ich eigentlich auch ganz gerne Ja Observatorium mal wieder Gut So wie die letzten Stellungsmissionen Naja, nehmen wir doch einfach mal das 24 Sekunden warten, ernsthaft? Oder haben wir die Waffe schon in Rot? Eigentlich nicht, ne? Nein Aber das passt mit dem Goldenen an der Visierung An der Seite Ich finde das sieht richtig schick aus Gasgranate? Ernsthaft? Eingenommen Ah, Shit von der Seite, okay Ich dachte, die Jungs würden da decken Warum nicht? Aber die Granate ging doch raus, ne? Ja, hat noch Puppen gemacht Aber hat nichts Gebracht In der Tür Feindliche Drohne in der Luft Ah, Shit von der Seite Genau da wollte ich mich jetzt hindrehen Und losmarschieren Aber es ging gar nicht mehr Weil da hatten wir schon so einen Auf die Mütze bekommen Doppelabschuss Vergeltung Ah, schade Kein Kopfschuss Das Ding streut halt auch gut Ah, Shit Der Zweite hat mich gekillt Let's go Ah, verdammt Mit dem habe ich nicht gerechnet Ah, shit Ah, shit Stich um den Magazin wechseln Der Feind liegt in Führung Der Feind erwischt Irgendjemand da oben mag mich Nächste hier Verdammt Scheiße Damit habe ich nicht gerechnet Feindliche Drohne in diesem Sektor Werfe eine Krawate Tja, da kommst du einfach halt nicht durch So ist das Aber ist auch gar kein Problem Denn jetzt sagen wir mal Kopfschuss endlich Shit Beide Waffen leer Bestätige nächste Stellung Bereiten Feinde Innerhalb des Perimenters Stellung kompromittiert Den Bereich sich aktualisiert Die Stellung ein Ich lade nach Ich gebe dir Rückendeckung Bin getroffen Feindliche Unterhalt des Perimators Feindliche Drohne in diesem Sektor Feindliche Drohne in diesem Sektor Ab dem Magazin Los Wir haben uns die Führung gesichert Feindlicher Marschflugkörper gestartet Scheiße, nicht geschafft Nächste Stellung wird totalisiert Oh shit Stellung kompromittiert Den Bereich sichern 13 Drittmeisterkills Zielgebiet aktualisiert Zur Stellung begeben Feindliche Drohne in der Luft Verbündete Drohne im Einsatz Wir legen den Führung Wechsel das Magazin Feindliche Drohne aktiv Beide den Führung Täuscht, Granate geworfen Garnate geworfen Garnate geworfen Rade nach Blendgranate Die Stellung wird verlegt. Bereithalten. Wir haben das halbe Feld verloren. Schlag zurück. Verbündete Drohne online. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sichern. Kontakt! Wechsel das Magazin. Feindkontakt! Wir haben uns die Führung gesichert. Scheiße hinter uns. Verdammt. Ich dachte, das wäre eine Feinde, weil die nicht richtig markiert war. Ist es halt tatsächlich. Feindliche Drohne in der Luft. Feindliche Drohne bei der Stellung. Verbündete Aerosol unbekommen. Scheiße, liegt da. Hiederlich wieder. Einfach wieder ekelhaft. Ich muss halten. Ich bin noch ganz alleine hier. Ah, verdammt. Voll verzogen. Das ist halt irgendwie. upp wechseln. Wechsel das Magazin Wechsel die Stellung wird lokalisiert. Bereit machen. Wir verlieren an Bode. Ich bleibe nah. Stellung wurde verlegt. Zielgebiet sicher. Verdammt. Den Kill wollte er noch haben, ne? Den hat er auch bekommen. Leider. 400 für den Ersten, der drin ist. Wackler. Scheiße. Feindliche Drohne in der Luft. Verdammt, der stand rechts von mir. Shit. Oh, ich dachte, der wäre noch am Leben, der da lag. Mies. Halbes Magazin versetzt. Hm. Verdammt. Wo sind meine ganzen Mates? Verdammt. Verdammt. Ah, verdammt. Das war das. Ach so, Messerschlag. Okay. Christ, shit, 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 shit. Und ein Messerschlag, ja. So kannst du natürlich nicht einnehmen, ne? Aber gut. Runde zu Ende. 23 Abschlüsse. Sehr schöner Fortschritt beim Rekopass. Ja, auch hier ein bisschen Fortschritt. Steigen wir hier aus. So, werden wir wieder einen Token bekommen. Den können wir dann direkt hier investieren. Dann haben wir fast wieder hier ein Sektor fertig. Ein Sektor B16. So, was haben wir denn noch? Schauen wir nochmal in die Bewaffnung rein. Ich bin hauptsächlich das hier gespielt. Aha. Noch fünf Abschlüsse von hinten. Das kriegen wir, denke ich, hin. Dann haben wir hier dann auch Gold, nachdem wir dann nochmal zehnmal drei Abschlüsse ohne zu sterben erreicht haben. Aber ich denke, das machen wir dann in der nächsten Folge von Modern Warfare 2. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.